Und ich hab drei Diamanten, hu! Loser. Ich habe fast über zwei Sticks. Feinst du wie? Egal mir das. Loser. Ruhig! Nein, Bruder. Doch. Bruder. Willst du aufs Maul? Rechts nach Friedhof, links nach Krankenhaus. Welchen möchtest du? Äh, ja. Erst Krankenhaus, dann nach Friedhof. Alles klar, Bruder. Nämlich die Beerdigung für jemanden anders und danach ins Krankenhaus. Treffen wir uns, Dresden Mitte. Nee. Am Freitagabend. Nach Dresden kann ich nicht. Da mach ich dich gut. Das ist zu weit. Da komm ich mit meinem 3er BMW um die Ecke gefahren. Bring meine Brüder mit. Und meine Brüder bringen ihre Brüder mit und die bringen ihre Brüder mit. Und dann ist ein Dönerladen voll. Oh Gott. Single-Bit weg. Jetzt müssten das 8x8 sein, richtig? Wenn das jetzt 8x8 sind, hab ich jetzt die ganze Möglichkeit. Jelurium hab ich erstmal mehr als genug. Wie lange ist Styrox jetzt noch weg? Äh, ich glaub nächste Woche noch. Okay, ich werd in einer der nächsten Aufnahmesessions weitermachen. Okay. Äh, wenn du dir das jetzt mal anguckst, wie weit ich bin. Nein, danke. Jel, ich bin jetzt fertig mit den Nerven. Ach, das schaffst du schon, bevor du da rogst, äh. Ja. Es sieht aber schon mal gut aus. Ja, aber das Ding hat halt bis, ich robb einen bis jetzt schon die nächsten Nerven. Lass den auch die Fallen von alleine runter, die denken, das ist ein kompletter Block. Stimmt, weil ich es sogar gebaut hab. Aber es sieht schon mal nice aus. Mhm. Ey, lass dir Zeit damit, das ist echt aufwendig. Aber apropos Malvin, ich hab jetzt einen Angel Ring. Ja. Ja, der noch nicht funktioniert. Ja. Boah, hast du schon Break Power? Nö, aber ich geb dir Malvin erstmal etwas Schönes jetzt. Boah, von dir was Schönes, das ist ja... Ey, Malvin, das ist noch... Selten gut. Boah, das ist mega geil. Hier? Hier, ein Tier 2, Tier 2 Jetpack. Boah, wie leite ich das auf? Äh, Kamerzitäterbank, findest du bei mir im Keller. Oder komm zu mir rüber. Genau. Puh. Puh. Au. Au. Ja, drück mal N wenn du, äh, drück mal N. N? Wenn du in der Luft bist. Hover Mode? Ja. Achso. Dann kriegst du keinen Fallschaden mehr. Ja. Geil. So. der weniger Strom verbraucht. Das. Okay. Dann läuft das. Haben wir das soweit alles. Da haben wir das. Da haben wir das. Ich hab immer noch... Ich mühsch mich mal weiter. Ja. Ich hab noch Kack-Erze in mir am Tag. Hast du zufällig Enderperlen, Melvin? Nein. Woher auch? Schade. Woher soll ich auch Enderperlen haben? Hätte ja sein können, dass du welche hast. Hm. Äh. Cool hier. Ach, ich brauch erstmal den Resonator. Also, ich verbrauch jetzt grad einen ganzen Enderman. Ähm. Äh. Okay. Ja, ne Soulvale mit nem Enderman drin. Achso. Weil ich mit dem Endercrystal herstelle. Sand. Ähm. So, das haben wir. Kommt dahin. Was brauch ich? Sand und Sand. Sand, 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 Sand. Äh. Kann das unbedingt polierter Stein sein? Oder geht normaler? Polierter Stein. Stone Bricks. Okay. Ich hab 90% meines Jetpacks fertig. Würde ich behaupten. Äh. Äh. So. 33 Sand reicht nicht. Gut, dann brauch ich als erstes noch das Salala Pendel davon. Extra. Hallo. Extra. Ja, hallo. Ja, hallo. Extra Utility. Das Bauwerk, was wir angefangen haben, als du weggegangen bist, ist schon deutlich weiter. So. Ja. Mhm. Schön. Aber ich werd heute nicht diese dumme Kiste zu Ende bauen bei Tyrox. Also dafür hab ich überhaupt keinen Nerv gerade mehr. Wieso denn nicht? Ja. Was für und für den Ding? Das war. Er. Regnet's bei dir? Ja. Bei mir nicht. Warum? Weil ich ein Reinshield habe. Boah, ein Cheater. Nein. Wieso? Nein, Loot-Bags! Nee, das Strain-Shield hab ich dir gegeben, glaub ich sogar. Nee, das ist ein Loot-Bag. Das sieht man oben in der Folge. Diese Loot-Bags sind okay. Das ist ein Tyro. Ach, wen mein ich? Oh, ich bin jetzt schon so durch. Ähm, kann ich hier nix für heute, Fernseh läuft. Ike? Ja? Deine Erstversorgung ist doch sicherlich öffentlich für alle zugänglich, oder? Warum, was brauchst du denn? Äh, einen einzigen Emerald noch. Willst du mal lachen? Ja, du hast 39. Ja, nimm dir raus, was du brauchst. Und ich bräuchte... 1, 2, 3, 4... 4 Octetic Perfessitor. Ja. Das war jetzt grad sogar nicht. Ich dreh mich um, weil Ike hat bestimmt seine Goppis, äh, Dings-Augen hüpfen die ganze Zeit so hoch und runter. Was? Hab ich auch so Goggles? Oh, lol. Ja. Ja, du hast recht. Äh, was für ne Kapazitäter brauchst du? Octetic. Was ist das denn? Die Endo Kapazitäter. Die ganz großen. Die 8-fachen. Äh, die kosten was? Vibrant Alloy? Oh, davon hab ich doch auch nicht so viel. Ich weiß. Redstone, oder? Vibrant, ja. Ich guck rein. Hä? Warum ist hier hier Lurie drin? Das gehört erstmal da rein. Wie kosten, wenn man es runterrechnet, Vibrant Alloy, Energetic Alloy, Kupfer... Silber und Red... Ach, Kupfer, Gold und Redstone. Das ist alles, was die sowieso kosten. My Cloudstone ist schon mit drin eingerechnet. Und, und Coal Powder kosten die noch. Ein Solarpanel? Achso, du hast die gemacht? Äh, ja. Willst du dich verarschen? Wie kannst du nicht auf Steps platzieren? Boah, Arschloch. Hey! Boah, das ist gut, dass es regnet. Ich brauch Play. Hä? Was hast denn du jetzt gemacht? Da ich ja nichts abgebaut hab, ist es auf mich geeicht. Und ich hab Great Power. Du bist doch voll der Cheater. Ne. Wieso? Wir haben GP, Ike. Deswegen, da können wir es ja auch einfach kurz... Das kostet nichts. Was hast du, was hast du ihm gegeben? Great Power, dass er sich mal kurz, äh, Stoneburned herstellen kann. Ey, die kannst du oben auf deinen Dings draufknallen. Auf deine Mob fahren, wenn du da immer noch keine Slaps drauf hast, Ike. Äh, doch, da sind jetzt mittlerweile Slaps drauf. Ich muss aber erst einmal hier... Ja, das da... Das da... Ach Gott, das reicht da hinten und vorne nicht. Nur solange das... Ähm, was... Was hat der Glowstone auf deinen Feldern zu tun? Ja, da ist Wasser... Da ist Wasser drunter. Und Licht. Ja, aber wieso ist da... Wieso ist da Glowstone oben drauf? Na, weil... Wenn ich jetzt den abbaue, dann hab ich... Ja, okay, ist eigentlich sinnlos, stimmt. Weil auf den, äh, auf dieser Erde ja nicht, äh, spawnt, aber ich mach's trotzdem einfach nur, damit es schöner aussieht. Ach so. So. Okay, ich hab jetzt wenigstens schon mal den Emerald, damit bin ich beinah fertig mit dem Red Pack. Jetzt ist wirklich das nächste, was wir brauchen, ein paar Ophthalic Capacitor. Da haben wir das dumme Ding durch. Welches dumme Ding? Mein Jet-Pack. Meine Jet-Pack. Aber ist die, ist die überhaupt noch so nötig? Mhm. Echt? Ob das meine Schlange macht schon wieder den Versuch auszubüxen? Ja, ist sie, weil ich werd so schnell jetzt... Wir werden so schnell... Also ich werd nicht an... Ich werd mir kein Angel-Ring machen. Weil seh ich nicht ein. Drei... Hast du keinen Bock drauf? Erstens keinen Bock drauf, zweitens seh ich nicht ein, ein Angel-Ring zu craften. Und wenn wir... Äh... So oder so hinterher keinen mehr brauchen, werden wir ab einem bestimmten Punkt. Und die Jet-Plate, die ist einfach... Die will ich deswegen haben, weil die ist gut an Röstungstechnisch her. Du kannst damit beinahe, äh, viel gut wie mit nem Angel-Ring fliegen. Aber auch nur beinahe so gut. Das tut, äh... Plus, falls wir irgendwann mal sterben sollten, haben wir trotzdem noch, äh, die Möglichkeit zu fliegen. Weil wir ein Jet-Pack noch im Lager haben. Mh... Mh... Äh... Vier... Acht... Okay, dann hab ich, glaub ich, vierundsechzigste... Vier, acht, sechzen... Ich glaube, 32... Also noch drei davon. Weil... Ähm... Ich werd die Jet-Plate so lange benutzen, bis wir... Awakenet-Drakon... Also bis wir ne Draconic Armor machen können, weil dann werd ich auch auf Draconic Armor umsteigen. Na, dafür müssen wir erst in den Nether. Ach, ins End, weil wir den Ender-Dragon tot sehen müssen. So, das ist ein... Und die Jet-Plate ist... Angenehmer als z.B. das Supreme. Wir haben Rüstung, weil da ist das Problem, ein Teil muss kaputt gehen. Im Kampf und du kannst nicht mehr fliegen und kriegst wieder Fallschaden. Weil in Jet-Plate wird das sogar vernünftig angezeichnet, alles. Und ist unzerstörbar. Hast dafür aber halt beinahe... Also, so gut wie kein... Also... Die letzte Stufe ist beinahe recreated, weil... Runterfallen tust du damit echt langsam, die Mh-Wa-Mode. Okay. Wenn du mal überlegst... Ich bin jetzt schon langsam am Runtersinken, nur... Im Vergleich zu dir. Singst du gerade? Ja. Was für ein Lied? Ohne Shift zu drücken. Das ist das normale Runtergleiten. Was ist, wenn du Shift drückst? Äh, warte, warte, warte. Warte, drück mal... Ich war hoch. Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei. Das ist halt in allen Belangen besser. Das ist halt wirklich... Das ist jetzt schon die Jet-Plate, oder? Naja, es ist noch das Tier-4er. Also, ich... Ich würd eigentlich nach Sachen an... äh... Verargen, weil ich schon nen fucking Jet-Plate hätte. Ich dachte, du hast das jetzt für die letzten Vorbereitung. Nee, mir fehlen halt nur noch Optelic Capacitor. Und zwar eins... Warte mal. Wie viel haben wir hierfür? Einer fehlt mit da, bei dem Rezept zwei. Wir fehlen zwei Optelic Capacitor insgesamt. Oder drei? Drei Filme insgesamt. Komm, da kriegen wir eben's hin. Die Brand. So, Melvin, left the game. Ja. Melvin, auf Wiedersehen. Warum? Willst du schon wieder offline? Ja. Warum? Was bist du für Einer? Ich kann dafür nichts, dass ich offline muss. Naja, doch, hau dem alten aufs Maul. Ähm, ähm, ähm. Nö. Warum nicht? Der braucht das. Warum sollt' ich? Weil's dein Vater ist. Wow! Deswegen soll ich nicht mehr. Du wirst gehen boxen und sagen, Alter, ich bleib heute länger wach. Du kannst sagen, was du willst. Alter. Wie? Morgen, ah, denk dran. Ja, morgen, ah. Ach, sonst... Ja, meine Tore. Hoffentlich. Hoffentlich, sonst töte ich deine Tiere. Ey. Ich bin gefühlt der Einzige, der jeden Tag auf dem Server ist. Ja, weil... Ja. Scheiß-RP. Wow. Was? Na, ist deine Meinung. Ja, pfff. Ja, pfff. Ist es so. Und ich nehm kein Blatt vor den und... Moment, Moment, Moment. Ich bin ein Vollidiot. Ja. Was hast du müssen. Willst du die Sachen, wenn ich das das abkomme? Na gut, alles klar, Melvin. Dann schlaf du mal schön. Um 21.05 Uhr. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Man sieht sich rum. Ja, tschü tschü. Tschü. Achso. Guck mal, wie ich hier denn da rauskriege. Was ist los? Ich hab gerade erst gecheckt, dass es... Ich brauch ein Gold-Inget Oster. Ein einziges. Ja, ich stell mir jetzt fucking Seeds her. Ich seh nämlich jetzt erst, dass es Energetic und Vibrant Alloy Seeds gibt. Und ich crafte die Scheiße die ganze Zeit von Hand hoch. Dann mach mal gleich... Dann kann ich mir auch gleich ein paar neue Jetpacks machen. Ich werd von beiden erst mal nur eins herstellen. Die können wir im Notfall-Interior über, äh... Verdoppeln, genau. Was ist denn das für ein Loot-Pack? Äh, welche Farbe? Du weißt. Äh, bei allen steht ja da, oh, what's called the inside. Und bei dem steht da, what's inside is not as interesting as not... Das ist, weil du den schon mal offen hattest. Ah, okay. Oh, okay. Ich steig mit einem. Was, Kyle, haben wir noch Gold? Hm? Haben wir einen Gold-Block? Ja, haben wir. Mehr als einen. Ich hab' den Mund voll. Nö, also ist gut. Ich hab' den Rest von meinem Mittagessen nach Ende im Mund geschoben und den Moment füllt. Ich hab' den Mund an. Jaja, das tut mir nicht leid. Okay, vom Prinzip kann ich den auch herstellen. Welchen? Den anderen zieht. Mach doch einfach mal alles erstmal. Das ist leider nicht die, äh, neueste, also die ganz neue, beziehungsweise die ganz alte Version von Dings hier. Mystical Agriculture. Es gibt Versionen, wo du einfach, äh, Capacitor dir Autocraft, äh, als C-Star anfertigen kannst. Okay. Lass ihn jetzt einfach mal so stehen, weil ich nicht wirklich viel davon verstanden habe. Pizza. Oh, Leute, hier steht Baloui mit einem Headset in einer Goldrüstung. Yellow Snowflake. Du stirbst jetzt erstmal. Einfach unten lieb. Der sieht mit dem Goldhelm aus wie Baloui, der muss sterben, so. Wär ja nicht das Erste, das unter meiner Hand stirbt. Suchen und zerstören, Ike. Wait. Ja, das eine Mal, als Baloui in unserer Stadt war und Ramas Samba gemacht hat und ihr ihn alle habt einfach laufen lassen. Meine, äh, meine Aussage zu Ike, suchen und zerstören. Und dann war er verpufft. Hm, und danach hat Baloui auch einmal eine, äh, Zeitstrafe für 10 Minuten gehabt. Ja, die hat, ne, das... Weil, wenn man stirbt, äh, ist man 10 Minuten vom Server gebannt. Gut. Und die hat, Adam, ja, wir wollen... Gnostic is the dance floor